Wir haben jetzt auf zehn Jahre zurückgeblickt, die nicht auch immer ganz einfach waren, die manchmal hart waren, manchmal parteiintern hart waren, parteiextern hart sind, hart durch die Geschichte. Aber ganz ehrlich, wenn wir mehrmals lernen, dass wir alle an einen Strang ziehen, dass wir alle für das eine Ziel kämpfen, unser Ziel, Heimat, Kultur, Tradition, wenn wir das endlich einmal lernen, dann haben wir nicht mehr auf zu umhalten. Und dann haben wir in fünf oder zehn Jahren Regierungspartei, meine Damen und Herren, und dann stellen wir einen Ministerpräsidenten in Bayern. Und das muss unser Ziel und unsere Aufgabe sein und sonst nichts anderes, weil nur von der Seite eine Schimpfer, von dem können wir das Land nicht retten, meine Damen und Herren. Wir brauchen einen Ministerpräsidenten, wir brauchen eine Führungsverantwortung, wir brauchen eine Regierungsverantwortung, meine Damen und Herren.